Liebe Klingenthaler Bürgerinnen und Bürger, unser Verein Rot-Klingenthal-Meine-Stadt e.V. wurde am 10.11.2008 gegründet. Gründungsmitglieder waren engagierte Bürger aus unterschiedlichen Berufs- und Interessengruppen, die sich gemeinsam und parteienübergreifend für die Verbesserung der Lebensqualität aller Bürger Klingenthalers einsetzen und bei der Lösung der dazu anstehenden Aufgaben mitwirken. Unser Ziel ist es, aktiv an der Politik unserer Stadt teilzunehmen. Deshalb stellen wir uns wieder zu den Kommunalwahlen. Dass unsere Ziele und unsere Richtung Widerhall bei den Wählerinnen und Wählern fand, schlug sich bereits im ersten Anlauf bei den letzten Kommunalwahlen mit drei Sitzen im Stadtrat nieder. Wir sind in der kommunalen Parteienlandschaft eine überparteiliche Alternative bei der politischen und kommunalen Willensbildung der Bürger. Das heißt, wir arbeiten mit allen demokratisch gewählten Parteien und Vereinigungen im Stadtrat zusammen, um für das stetige Wohl der Bürger und der Stadt Klingenthal zu sorgen. Kommunalpolitik muss für jeden Bürger durchschaubar und nachvollziehbar werden. Wir machen uns stark für eine Mehrgenerationenspolitik in unserer Stadt. Wir stehen für die aktive Einbeziehung aller Bürger in die Entscheidung der Kommunalpolitik von der Jugend bis zu den Senioren. Wir stehen für die Unterstützung junger Familien. Wir stehen für die Fortsetzung des Kinderbegrüßungsgeld mit Unterstützung unserer Partner. Wir stehen für die aktive Mitgestaltung der Städtepartnerschaften Neuenrade, Kastel-Fidardo und Kasselitz. Wir stehen für die Belebung des Hofes Musik- und Wintersportstadt Klingenthal. Wir stehen für die bessere touristische Vermarktung der Traditionen des Musikinstrumentenbaus und des Skisports. Wir stehen für eine sichere Stadt, eine technisch moderne Feuerwehr und eine enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Wir stehen für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, auch grenzüberschreitend, auf der Schiene, auf der Straße, für den Tourismus, die Wirtschaft und die Bürger unserer Stadt. Wir stehen für die Wiedereinrichtung der Mittelschule bzw. Oberschule. Wir stehen für die Unterstützung der Vereine zur Belebung der Kultur und des Breitensports unserer Stadt. Wir sind Rotlingenthal. Ein Verein, der nicht meckert, sondern handelt. Wir Rotlingenthal sind und bleiben parteienunabhängig, lösungsorientiert und ehrlich vor und nach der Wahl. Darum gehen Sie zur Wahl und geben Sie uns Ihre Stimme. Zum Wohle unserer Stadt. Rotlingenthal